Herzlich willkommen auf Weltacker. Wie ihr seht, bei uns wird es jetzt richtig ernst. Wir setzen jetzt die Schilder. Da wir den Maniok jetzt noch nicht pflanzen können, machen wir wenigstens das Schild hin. Nächste Woche hängen wir dann vielleicht auch schon die Seile auf, die Begrenzung von den Parzellen und dann sind auch alle Schilder gesetzt. Und dann kann man zumindest, wenn die Pflanzen noch nicht da sind, kann man zumindest was Schlaues darüber lesen. Das heißt, kommt vorbei, lernt was dazu und schaut uns beim Säen und Pflanzen zu. Bis dann, wir sehen uns auf dem Weltacker. Falls euch dieser Beitrag gefallen hat oder ihr einfach nur unser Projekt unterstützen wollt, dann folgt uns doch bitte auf Facebook, Instagram, Twitter oder checkt mal unsere Website. Und vergesst bitte nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.